Hallo Freunde, herzlich willkommen hier auf eurem absoluten Lieblingsskandal für unnuschel Memes. Wir gehen rein und die Mäuschen. Magst du mal auf Start drücken? Florian, da bin ich auch noch kurz was dazu sagen darf. Ja bitte. Ich drück jetzt auf Start, Florian. Oh nein, die Arme. Sie waren die übelsten Schild, oder? Ja, irgendwie schon. Oh, sad cat. Digga, was? Hat die Taube geschlafen? Ja, Digga, da hat einfach ne Taube dabei. Stark. Ja, so, so, Humor. Einfach das beste machen aus deutschen Schulen. Oh, Leute. Ihr denkt vielleicht, okay, der ist irgendwie doof rausgesprungen, aber wisst ihr, was so Feuerwehrmann-Ausrüstung wiegt? Digga, das ist richtig brutal. Also, das wundert mich nicht, dass man da so rausstammelt. Ja, bestimmt mehr als 30 Kilo Zusatzgewicht einfach dran. Ja, naja. Ja. Das war's für heute. NICE! Hier geht's. Alles gut? Wow, Alter, was für eine trostlose Scheiße war das denn auch. Geil. Wow. Hm, er hat ein bisschen viel Schwung, er hat ein bisschen viel ... Geil. Oh, David, merk ich mir. Ah, das muss man können. Das muss man können. Ja, das perfekte Verhältnis aus nach vorne lehnen. Ja, weil sowas behaupte ich immer, das ist gefaked. War das ein Karpfen, Alter? Der hat bestimmt schon andere Sachen in das Aquarium reingehalten. Da war eine Menge los, Digga, da war eine Menge los. Wie sie gelacht hat. Vor allem, was war das, wohnte sie in der Shisha-Bar? Ich wusste, dass da keine Scheibe drin ist. Ja, aber war geil gemacht. Ja. War das ein Frettchen? Ja. Ja, wenn man wieder dran ist mit Treppenhaus sauber machen. Das ist geschrumpft. Ja, was war das? Das ist geschrumpft. Ihr denkt, es ist lustig, aber das ist mega smart, die Dinger so zu bauen, dass man unten drunter durchfahren kann. Das ist richtig unendlich schlau, Alter. Boah, ey, wenn alle Traktoren sowas könnten, dass die auf der Straße einfach hochfahren, dass man unten drunter durchfahren kann, wie unendlich gut das wär. No chills. Ich glaub, der, wer er ist. Aiden? Du meinst, er hat dicke Lippen, er hat dicke Lippen, er hat dicke Lippen. Ja, ich sag ihm, ich komme an Senti, Leute, ich liebe Senti. Ja, ich komme an Senti. Ja, ich komme an Senti. Ja, ich komme an Senti. Das ist eine wichtige Lektion, die man als Kind auch lernen muss. Tigger, der sieht so aus, als ob der mir eine Senzu-Bien gibt. Ja, einfach Meister Quitte. Wer ist Meister Quitte auf den anderen? Äh, oh f***. Du weißt das doch. Äh, tatsächlich. Hab ich das Original-Dragonball-Dragonball hauptsächlich in Deutsch gesehen. Ich hab Dragonball Z erst auf japanisch geguckt. Äh, Kurin, ne? Ja, Kurin kann sein. Gorts. Äh, Karin. Karin war's gewesen. Karin, nageschön, Gorts. Dankeschön. Karin war's gewesen. Ja, ja, ja. Da find ich Meister Quitte aber besser. Aber die Leute waren legit wirklich erst mal gesorgt um das Wohlergehen des Hundes. Das muss man ihnen auch lassen. Ja, bist du auf den Idioten, der gesagt hat, turn on the lasers. Nein, weil darum ging's. Die haben alle gesagt, turn the lanes off. Ach, oh Leute, ich hab gedacht, das ist so ne, das ist so ne, das ist so ne Bowlingbar mit so Lasershow und sie dachten so, ihr Leute, mach die Laser an. Nein, nein, nein. Nein, ich hab das legit nur gesagt, weil die gerufen haben, turn the lanes off. Das klang an wie turn on the lasers. Wir haben gedacht, die dachten so, wie so eine besoffene Spannung. Laser den Hund weg! Mach den Laser an jetzt! So, guck mal, identisches Video gesehen, völlig unterschiedliche Einstellungen gegenüber den Menschen da drin. Und weil die Leute fragen, was für Laser, ihr wart, glaub ich, noch nie Schwarzlicht-Bowling spielen, oder? Oder generell. Schade für euch. Mittelklasse-Berliner Bowlingbahn-Lasershow. Ja. Alter. Wow. Wie er versucht hat, das Bild zu stabilisieren. Da hört ihr das, was ich euch schon mal erzählt habe. Das ist mein einziges Russisch, was ich spreche, ist das, was er gerade gesagt hat. Niku ya si bier. Genau das. Aber Alexa hat uns doch erklärt, wer das heißt. Äh, ne, es heißt, mein Schwanz irgendwas. Ja, irgendwas mit meinem Schwanz. Ja, äh, oder das heißt, glaub ich, nur mein Schwanz, äh. Auf jeden Fall, fast jede russische Beleidigung hatte irgendwas mit meinem Schwanz zu tun. Ja, ne, das ist halt, du kannst diesen Ausspruch in jeder Situation sagen. Es ist wie Poutin im Französischen. Das hat halt auch jede Bedeutung, egal wie du's, also, je nachdem wie du's betonst halt, ne? Ja. Oha! Versteh ich? Relatable? Alter, Ideen sind so witzig. Look at that happy boy. Stromleitung? Nein. Nee, einfach. Das ist der Song, geil. Oh, smart. Aber auch du, Alter, nee, das wär mir zu dangerous, Alter. Holy. Schön. Ah, nicht schlecht. Vor allem war es einfach wirklich so laut, dass es egal war, wo sein Mikro ist. Digga, no cap. Das ist cap. Was ist das? Weiß ich nicht. Was ist das? Ich will es haben. Boah, das ging aber gerade so nochmal gut. Was ist das? Was ist das? Schalten Sie auch morgen wieder ein, wenn es heißt und Nuschelmemes. Bis gleich.